ja damit eine herzlich willkommen zur the last of us wir sind gerade in der krankenhaus und wir mussten ellie retten sie wird gerade operiert wenn sie operiert wird wird sie sterben also müssen wir jetzt retten zeig deinen kopf ok aufheben was war das ok flasche doch steht da sind noch welche Oh shit, come on. Oh shit, come on. oh mein gott ich muss mich rein schnell 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 wo sind die und wir haben neue waffe sturmgewehr und 20 kugeln noch die mama flamme jetzt habe ich ja kunde muss na kommt er ja Ja ihr Bein, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Brando-Schwein. Alter, hier ist ja riesig. Ok, noch mal. Warum kann ich das nicht aufheben? Na jetzt. Aber das ist kein Fehler. Na komm. Na dann eben nicht. Warum ein Experte? Äh, wo? Wo schießt der? Nach da. Alter Schwede. Wo ist mein Pumpcast? Du bist tot Arschloch. Oh shit. Na komm her. Ja ja. Wo sind die? Sind die alle tot? So, was haben wir hier vorne liegen? So. So. Einmal nachladen und dann gucken wir mal wo wir lang müssen. Wo muss ich hin? Ok. Ich glaube ich muss hier rein. Oh, was haben wir? Oh shit. Da kommen welche. Da ist aber noch einer. Oh, der ist auch tot. Cool. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Wir haben auch noch ein paar kleine Schetten. So alles aufhören. so es war medikett so nach unten um ok unten haben wir keinen weg also müssen wir nach oben komm doch lauf lauf ich hoffe ihr geht es noch gut 28 april marlin hatte recht die infektion des mädchens ist außergewöhnlich der grund für die immunität ist unbekannt bisher zeigten alle fälle dass die antigen täter des cornicep im serum und in der rückenmarks flüssigkeit hoch bleiben blutkulturen der patientin entwickeln unter laborbedingungen rasant cornicep die weißen glutzellinien bleiben jedoch normal sowohl prozentual als auch absolut es gibt keine erhöhung des pro-inflammatorischen zytokins ein mrt des gehirns zeigt keinerlei pilzbefall im limbischen system was normalerweise mit dem prodromen aggression infizierter patienten auftritt unser ziel muss sein diesen zustand unter laborbedingungen herzustellen wir stehen vor einem meilenstein der menschheitsgeschichte wie der entdeckung des penicillins nach jahren fruchtloser forschung sind wir fast am ziel haben erfolge und schenken der menschlichen rasse wieder kontrolle über ihr schicksal alle unsere opfer und die vielen männer und frauen die alles gab es ist nichts umsonst gewesen okay ja wir müssen hier trotzdem retten so frei war ja in einer ach welcher bunker hier so medicaid messer so einmal nachladen dann waffe wechseln was haben wir hier noch so lange genug money was haben wir hier noch mehr kram mal ins sagebuch achte wird das ließ ich jetzt nicht vor wenn ihr lesen möchtet könnt ihr mal pause drücken das ließ ich mir später mal ohje was war das 1 2 3 4 ohje so weiter er darf nicht zum kind schaffen ja vor allem weiter alter schwäger zu viele gegner Woh! Wo ist mein Jagdgewehr? Headshot Da ist auch einer Geh! 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 Na, ich bin jetzt. Geh! 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 Oh, das war's! Hoho! Dreckers Arsch! Oh, shit! Entschuldigung! So! So! Das verschöpft mir etwas Zeit! Weiter geht's! Eli braucht uns! Ich hab schon was gesehen! Oh je! Wir sind da! Diese dreckige Schweine! Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht! Denken Sie an die Leben, die wir retten können! Unsere Zukunft! Kommen Sie ja nicht näher! Ich warne Sie! Was dann? Hä? Was dann? Sag auf Wiedersehen! Ihr scheiß Feierfleiß! Tut mir leid, ich muss alles sterben! Ready! Oh, shit! Lauf, Joel! Lauf! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Lauf! Oh, Mann! Alles okay! Alles okay! Alles okay! Komm, komm, komm! Schnell, schnell! Ich hab dich! Ich sag dir zurück! So, wir haben Eli! Jetzt müssen wir von hier raus! Oh, shit! Du kannst sie nicht retten! Oh, shit! Selbst wenn du sie hier raus schaffst, was dann? Wie lange bis sie von ein paar Klick-Up in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung! Sie wollte das! Und du weißt es! Und du weißt es! Hör zu! Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel! Sie wird gar nichts spüren! Oh, was ist jetzt passiert? Haben wir Eli zurückgelassen? Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen! Die Betäubung wirkt noch! Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies! Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Eli! Sie sind auch immun! Es gibt Dutzende von ihnen! Es hat aber rein gar nichts gebracht! Sie haben aufgehört! Aufgehört nach einem Heilmittel zu suchen! Wir fahren nach Hause! Warte! Tut mir leid! Warte! Du das nicht! Bitte! Du würdest ihnen nur folgen! Warte! Du! Du! Das war jetzt krass, aber dafür lebt jetzt Harry. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Jackson City, Next Strike. Hey, wir spielen gerade mit Ellie. Hör mal den Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Das sieht voll geil aus. Ich hätte dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest dir gefallen. Ja. Ja, das sieht so herrlich aus. Und da sind wir. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Hier. Hier. Ich helf dir. Gib mir deine Hand. Okay. Na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte... ...viele Probleme mit dem Überleben. Aber... ...was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht schön bist. Aber es... Aber es... ...schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Okay. Ja, lieber Freunde. Das war's dann mit Sam. Und jetzt... ...und dann... ...und dann... ... du Spir已 dort寬ig. Schöne sein Pettis zum Pettis. Also... ... MEM. Also... ... druh... ... Ja... ...liebe Freunde! Das war's dann mit The Last of possibly master version! Also das Ende war schon krass. Joel hat sie angelogen, also Ellie hat. Und ich werde auch natürlich ein DLC spielen. Da spielen wir mit Ellie und mit ihrer Freundin. Und da werden wir uns wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Musik 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 SPACE SPACE In Boston, in den ich war, ich war nicht alleine. Mein Lieber war da. Musik 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 Amen.